Ich versteh grad dieses Level, echt. Ich versteh nicht, wo ich hin soll. Oder wo hier irgendwas ist. Ich versteh nicht. Hm, man sollte meinen, hier wäre irgendwas drin. Oh, hi! Ja, komm, nein, nicht das Ding, nein, nee, warte, das ist es auch nicht. So, das ist Nummer 1. Blue in irgendwas. Das konnte ich jetzt leider nicht mehr rechtzeitig lesen. Blue in Yellow, ah. Ich muss erstmal wieder hier wegkommen, ne? Redaktion auf Knie und Auskurti. Redaktion auf Knie und Auskurti. Redaktion auf Knie. Iguerung. So. Man sollte meinen, wenn hier irgendwo Secrets sind, sind sie hier. Nicht unter dem Mond? Was? So, einer noch. Oh Gott, was? Wide open area. Capsule, Meteorite, Moon, was? Ich würde überhaupt nicht hier. Dramatisch Komme ich nicht weiter nach oben? Also komme ich auch bis ganz nach oben. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Nee, ich kann nicht höher, ne? Oh nein. So, der ist jetzt tot. Bevor der mir noch auf den Nerven geht. Warum auch immer mich Eggmans Roboter angreifen, wenn ich theoretisch auf seiner Seite bin, oder zumindest so tue. So, der muss dich sehen. Oh. Und dann.. Oh Mensch, da sind noch kleine Plattformen. Leider kann ich mir wirklich nicht die alten Hinweise angucken, das ist richtig nervig. Der eine, der rückwärts geschrieben hat, will ich mir gerne nochmal ansehen. Keine Ahnung, was der Schalter macht, aber... Ich meine, was passiert, wenn alle Schalter an sind? Schalter sind alle an. Was jetzt? Was hat das jetzt gebracht? Ich meine, eine große offene Fläche. Wow, was zählt denn bitte als große offene Fläche hier? Also das heißt, Fläche ist ein großer offener Bereich. Oh, shit! Oh, shit! Hey, sie fühlt was. Sie fühlt was. Wäre auch zu schön gewesen. Brauchst nicht zweimal zugraben. Boah, können die... Boah, die Steuerung ist hier gerade ein bisschen seltsam. Aua. Wenn ich jetzt von irgendwas getroffen werde, wäre das ziemlich doof. Boah, ich bin direkt durch das Ding durch, aber... Na, das ist natürlich jetzt nice. Bringer. Okay, weiter oben. Da war auf jeden Fall irgendein Schatten. Ich glaube, das war der Emerald-Splitter, aber... Wie soll ich denn bitte noch höher kommen? Da war's gerade kurz gelb. Jetzt ist wieder die Kamera. Jetzt wird die Steuerung generell. Komm. Mädchen, nimm das Teil. Nee, das hilft uns jetzt irgendwie nicht so. Hier komme ich jetzt wieder weg. Der Emerald ist in der Nähe, aber... ... Ah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017